Moin Moin Leute, schön, dass ihr wieder hier am Stizzel an der Kraft, an der Macht am Start seid. Wir befassen uns heute, wie ihr sehen könnt, mit der spinnigen Bananenspinne Elise hier. Nein, es ist keine Bananenspinne, zu ihrer Information, das war eine Lüge. Oh mein Gott. So, wir gehen hier, vielleicht ist es ein, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber okay. Ich denke, es ist eine schwarze Witwe, Black Widow ist das Ding doch, oder? Wir gucken uns jetzt mal Elise an, weil sie doch super strong ist in letzter Zeit. Sie hat einen harten Buff bekommen, also dieses Video ist nach dem Buff erschienen, wo der Stun erhöht wurde und so weiter. Rune Glaive gibt es auch schon. Deswegen Eli ist sehr, sehr starker Champion, sehr, sehr Gang-starker Champion im Moment. Super viele, äh, Popularity hat sie jetzt. Super viele Popularity, oh mein Gott, Tobi, nice. Ähm, ja, wir werden uns befassen. Hier, wie gewohnt, kriegt ihr natürlich auch die Timeline, damit könnt ihr euch wieder durchklicken, wo ihr hinwollt. Ähm, ich empfehle euch alles zu gucken, weil ich glaube, es gibt keinen Part in diesem Guide, der irgendwie normal ist, beziehungsweise der Standard ist, zum Beispiel so AP 129, bam, bam. Ja, so, das sind alles überall richtig fiese, fiese, unterschiedliche Sachen. Deswegen würde ich euch empfehlen, den Guide komplett zu gucken, für die Leute, die noch ein bisschen was lernen wollen. Ähm, aber seht zu, schaut zu, durch und weiter. Und wir fangen direkt, wie gewohnt, mit der Skin-Vorstellung an. Hier haben wir die normale, sieht an sich ganz cool aus. Eigentlich muss man sagen, sieht ja ganz nett aus. Kriegen wir auch die Spinnenform hin. Ähm, Spider-Green? Nee, ähm, ich glaube, das sieht tatsächlich irgendwie schlecht aus, oder? Haben wir hier keine Spinnen, äh, Spinni-Formation? Original? Hm, Attack, Channel, Death, Channel, 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 Windup, Recoil, Stunt, Recoil, Spell, 3, Spell, 4 muss es doch sein, oder? Spell 3? Ähm, hm, das sieht ja echt ein bisschen mehr aus, muss ich sagen. Spider-Queen? Hm, tja. Ja, das muss man jetzt tatsächlich sagen, ist dann doch etwas verrückt. Aber, ja. Okay. Können wir nicht ändern. Auf jeden Fall, dieser Skin halt ist der normale, der sieht ganz nett aus, ist ein ganz okay, kann man mit Leben. Der Booty, der wackelt auch ganz nett. Auf jeden Fall ganz okay, ganz chillig. Gucken wir uns mal den Death Blossom Elise an. Der ist ganz, auch ganz cool. Der sieht auch sehr, sehr cool aus, muss man sagen. Der ist wie so eine Blossom, heißt bestimmt auch Blüte oder sowas. Der ist so auf Blüten, so, und der, wenn er verwandelt ist, verdammte Scheiß, wieso geht das nicht? Sieht das auch aus, wie so eine, als wenn ich so eine Blüte auf dem Rücken hat. Hm, der ist auf jeden Fall ganz nett, ganz cool, ganz chillig, ganz easy. Der sieht auf jeden Fall nett aus, der ist cool. Der muss man sagen, der ist cool, ja, der ist cool. So, jetzt kommen wir zu Victorious Eli's. Die sieht einfach nur kacke aus. Also, wenn irgendjemand kacke aussieht, dann die. Die sieht einfach nur kacke aus und die Verwandlung sieht noch viel dümmer aus. Die sieht richtig scheiße aus. Also, wenn auf einer Skale von 1 bis richtig scheiße, ist der hier ultra scheiße. Also, im Vergleich zu den anderen zumindestens. Und dafür, dass der umsonst war. Okay, umsonst, also, ja. Der ist auf jeden Fall super scheiße. Ja, nee, der sieht aber echt wirklich kacke aus, auch verwandelt. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsskin. Ich liebe die Blood Moon Skins. Die Blood Moon Skins. Und dieser Skin hier ist super cool. Den finde ich, der ist super nice. Man muss sagen, der Blossom sieht vielleicht unverwandelt geiler aus. Also, der sieht schon ziemlich nice aus. Da punktet, aber, wobei, das ist Geschmackssache. Der hier ist auch nicht schlecht, ne. Wobei, diese Spinnenbeine sind schon ein bisschen... Ja, aber, ähm, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Auch so das Gesicht, das Face und so. Face Meltor. Was man definitiv sagen muss, verwandelt sieht dieser Skin super cool aus. Da ist er nämlich auch so auf dem Rücken. Ist er nämlich so quasi wie so ein... Ja, wie Spinnen halt sind. So ein Gesicht drauf und dann so eine Ablenkungsmanöver-Prenetrierungstaktik. Turn 109... What the... Nice! Ist das der neue Skin von Eli's? Ist das der Gitarren-GG-Well-Played-Build? Nice! Der ist ja geil. Den muss ich mir sofort kaufen. Das ist quasi... Nice! Alter, das ist ja quasi wie so ein Transformer. Die kann sich in eine Gitarre verwandeln. Okay, machen wir mal Turn 90. Okay, schade. Machen wir mal so. Nice! Das ist wirklich nice, Leute. Neuer Skin kommt demnächst im Shop erhältlich. Ähm, kann ich nur empfehlen. Sieht super creepy und super crazy aus. Ist aber einfach mal super GG. Wenn hier irgendwas GG ist, dann dieser Gitarrenbild. Stellt euch vor, eine Gitarre seilt sich vor euch ab und tötet euch. GG! Was wollt ihr noch machen? GG! Well played! Also ich würde definitiv Blutmon empfehlen. Ich finde aber auch Blutmon Silian geil. Blutmon Callister. Blutmon Thresh Skins. Ich liebe sie. Ich habe ein Verhältnis mit ihnen. Ich liebe sie. So. Soviel zu den Skinneronies. Wir gehen dann jetzt weiter zu den Macaronies. Wir gehen weiter. Wir gucken mal eben schnell hier. Oh, das ist verkehrt. Ähm, müssen wir das noch ein bisschen ziehen? Ne, warte mal. Hier. Runes. Wir gehen weiter zu den Runes. Und zwar Eli's Jungle. Das ist jetzt wieder ein bisschen knifflig. Und zwar. Das hier ist ein Guide. Das heißt, genauso wie gleich bei den Items und gleich bei den Masteries empfehle ich euch was. Ich gebe euch eine Richtlinie. Was ihr letztendlich macht, ist eure Entscheidung. Das ist A. Und B. Es gibt einfach so viele Variationen bei Eli's. Du kannst nicht sagen, du machst es so. Ich kann euch nur sagen, was wofür ist und warum man was machen sollte. Ich zum Beispiel habe jetzt hier eine Seite. Oder fangen wir mit Rot an. Was könnte man in Rot reinmachen? In Rot könnten wir Attack Speed reinmachen. Attack Speed ist gut, um unseren Clear zu boosten. Wir kriegen pro Outrate, kriegen wir zusätzlich Magic Damage durch unsere Spinnen und durch unsere Spinnenformen. Deswegen ist Attack Speed gut, um einen ordentlichen Clear durchzukriegen. Beim Ganken kann es uns auch helfen, aber ist dann nicht mehr so krass. Sind wir ehrlich? Hier haben wir ein bisschen HP und ein bisschen Armor. Klar, ist logisch. Da könnt ihr auch komplett Armor reinmachen. Da könnt ihr auch Scaling HP reinmachen. Aber grundsätzlich würde ich Armor reinmachen. Ich habe hier nämlich für so eine Variation zwischen Armor und HP entschieden. Okay. Okay. In den Quintessensen. Ja, da habt ihr wieder so ein bisschen Möglichkeiten. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, Ability Power reinzumachen. Und in den Blauen könnt ihr hier entweder komplett Magieresistenz reinmachen. Oder ihr könnt hier komplett Cooldown Reduction reinmachen. Ihr könnt auch komplett Ability Power. Also was man auch oft sieht, was das Early Game etwas boosten soll. Beziehungsweise die Gangs vor allem. Wäre diese Seite hier. Damit haben wir dann 26 Ability Power. Um die Early Power so ein bisschen hervorzuheben. Weil Elias ist natürlich ein Early Champion. Ö mit Ör. Ö mit Ör. Early. So wie man spricht. Und da kommt natürlich dann super viel Power schon bei rum. Welche Seite ich jetzt hier nehmen werde. Welche an Nightblue angelehnt ist. Der natürlich auch Ahnung hat vom Game. Und warum können wir natürlich auch begründen. wird folgendermaßen aussehen. So. Gucken wir mal schnell. Wo haben wir? Wo haben wir? Wo haben wir? Wo haben wir? So. Und zwar das ist diese Seite hier. Wo ist die Idee hier hinter? Das war irgendwie vergratscht. Wo sind meine Ruhen? Nein. Okay. Scheiße. Dann muss ich das nochmal nachholen. So. Jetzt vollständig. Habe ich mir jetzt nochmal schnell. Nochmal diese zwei Ruhen. Von diesem Magic Hybrid Pen. Prara geholt. Eine kostet 2000 übrigens. Grundsätzlich. Was ist die Idee bei diesem Build? Die Idee ist. Unser Early Game natürlich. Indem wir hier CDR reinhauen. Also wir haben keine Magiereszenz. Also da müsst ihr gucken. Magiereszenz ist natürlich auch gut. Wenn ihr vor allem nicht so erfahren seid im Jungle etc. Und neu dabei seid. Ist Elias vielleicht eh nicht der beste Champion. Aber wenn ihr es trotzdem probieren wollt. Würde ich euch definitiv Magiereszenz ausprobieren. Empfehlen. Ausempfehlen. Wir haben jetzt Cooldown Reduction. Wir sind ein Spellcaster. Beziehungsweise gibt es auch nicht Spellcaster. Ja. Wir sind auf jeden Fall ein Caster. Der viele viele Zauber raushaut. Und mit Cooldown haben wir. Boosten wir auf jeden Fall unser Early Game. Und wir haben hier jeweils Hybrid Penetration drin. Warum Hybrid Penetration? Da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber grundsätzlich hat Elias mit ihrem Cue in beiden Formen prozentualen Schaden. Prozentualer Schaden wird extrem gebufft durch Penetration. Also so richtig richtig stark wird das quasi gebufft durch Penetration. Also definitiv boosten wir damit ultra krass unsere Cue Damage. Sowohl im Early als auch im Late Game Damage. Ähm. Im Late Game Damage. GG. Äh. Ja. Also da müsst ihr gucken. Allerdings kann ich für Neuanfänger diesen Bild absolut nicht empfehlen. Weil eine so eine Rune, die könnt ihr so gut wie für keinen Champion gebrauchen. Die kostet 2000, 4000, 6000 und die hier kosten 800. Das heißt ihr seid locker für diese, für diese, für diese roten Dinger hier. Also diese und diese seid ihr locker 10.000 plus weg. Ähm. Das ist aber der Bild, den ich spielen werde in den Games, die oben verlinkt sind. Ähm. Da müsst ihr halt selber ein bisschen gucken. Ich könnte euch auch empfehlen in rot Attack Speed reinzumachen. Gelb Armor, blaue Magie Resistenz und in den großen Quintessence. Das wäre so diese Standardseite, wenn ihr so ein bisschen erstmal am Start bringen wollt. Ein bisschen ausprobieren wollt. Wollt ihr dann nachher noch ein bisschen mehr Try Harden, dann könnt ihr vielleicht sowas hier ausprobieren. Aber ist nur ein Guide. Nicht vergessen. Masteries. Masteries sieht genauso creepy aus. Wir haben hier die Masteries und zwar. Tobi, was ist das? Das sind Masteries. Ja. Wir haben hier einmal natürlich, wir wollen Damage machen. Wir sind Nahkämpfer, das heißt 2%. Also teilweise Nahkämpfer, aber 2% nehmen wir da gerne mit. Hier ordentlich Power auf jeden Fall. Cooldown ist klar. Attack Speed ist auch nicht schlecht. Aber hier Cooldown Power. Und hier haben wir jetzt, wir wollen unser Early Game so krass boosten, wie es nur fucking geht. Deswegen haben wir Attack Damage und Ability Power. Wir haben hier ordentlich die Butze. Das Ding ist nämlich, wir brauchen auch weder das noch das. Das sind beides Scaling Abilities. Oder Skills. Und wir werden nicht extrem viel AD haben. Und wir werden auch nicht extrem viel AP haben in unserem Bild. Deswegen ist beides eher nicht zu empfehlen. Hier einfach noch ein bisschen weiter Standard gebaut. Wie ihr sie auch spielen könntet, wäre zum Beispiel sowas hier. Das wäre eher so eine Standardseite. So wäre auch in Ordnung. Könnte man auch machen. Ja, oder ihr nehmt auch diese beiden Punkte hier mit. Anstatt hier oben diese Punkte, könntet ihr auch das, das, das mitnehmen. Da müsst ihr selber wieder so ein bisschen schauen. Ich werde wie gesagt mit der Seite, die ich hier gerade irgendwo hatte, spielen. Die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr finde. Ähm, ja, hier. Also ihr könnt auch diese hier weg machen. Und dann das, das, das. Das müsst ihr so ein bisschen für euch ausfinden. Und hier dann vielleicht noch einen Punkt rein. Müsst ihr schauen, müsst ihr schauen, müsst ihr schauen. GG World Plate. So. Spells ist natürlich logisch. Wir nehmen Flash, wir nehmen Smite. Wir sind im Jungle, wir sind am Start. Wenn wir mal auf Topline spielen sollten, was ich nicht empfehlen würde, spielen wir natürlich Flash, Teleport. Ähm, wir kommen zu den Item Sets. Die Item Sets. Item wird mit EI geschrieben. Item. So. Aber Item brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Start. Wir brauchen den Start. So. Diese ganzen Bilgewasser-Kacke hier brauchen wir. Wisst ihr, was wir das brauchen? Wir brauchen es nicht. So. Wir starten natürlich ganz standardmäßig. Normal. Trinket. Dat, dat, dat. Bam. Wir gehen back, Leute. Und wir, ich zeige euch jetzt natürlich wieder viele Variationen hier beim Item Build. Wie gesagt, nimmt das jetzt nicht zu strikt. Ich sage extra hier, die ist das, Swag, Yolo, Mayonnaise, Maccarinis, Pepperinis, Caparinis. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was ihr jetzt habt. Also das ist, es gibt nicht diesen einen Bild, den ihr immer fahren solltet. Es gibt den einen Ring, aber nicht diesen einen Bild. So. Welche Machete sollten wir uns kaufen, Leute? Ich würde entscheiden zwischen der blauen und der lilan. Es gibt auch ein paar, die mit der roten rumlaufen. Finde ich jetzt nicht so gut. Die blaue, wenn es mir gut geht im Early Game, mir geht es gut. Ich habe vielleicht sogar einen Assist gekriegt, vielleicht sogar einen Kill. Mir geht es echt gut. Ich habe keine Probleme. Die lilan, ich wurde vielleicht schon vorher im Early Game weggeputzt, bin gestorben. Oder ich habe echt Probleme in meinem Game. Oder ich komme zu einfach nichts. Ich kriege meinen Arsch nicht hoch. Dann nehmen wir die lilan, wenn ich behind bin. Bin ich okay oder normal blau, bin ich behind lila. Dazu kommen natürlich immer noch ein paar Pots. Und ich würde empfehlen, das Sweeping Trinket. Aber da müsst ihr auch gucken, wann ihr das jetzt tatsächlich wechseln wollt. Wann ihr den Drag machen wollt, etc. Da müsst ihr so ein bisschen schauen. Ihr könnt auch optional bei dem Gelben bleiben und euch einfach einen Pinkwater am Start bringen. Ist auch sehr, sehr nice. Dann gehen wir weiter, wenn wir wieder back kommen. Also ihr könnt natürlich hier noch Schuhe oder sowas beifügen, wenn ihr wollt. Je nachdem, wie viel Geld ihr jetzt tatsächlich habt. Wenn wir dann als nächstes Back kommen, werden wir entweder das blaue Ding bauen oder so quasi. Wir haben aber auch die Variante, das so zu machen. Wo ist jetzt der Unterschied, Tobi? Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, wenn euer Game wieder richtig gut läuft, richtig sahnig, richtig lecker. Kirsche auf der Torte. Dann dieses blaue Ding. Das ist extrem stark, dieser Schieneffekt. Der ist extrem stark mit dem, ähm, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, ja, sag schon schnell, Tobi, sag schon. Ja, achso, mit dem ganzen Spells halt. Wenn wir in Nahkampf gehen, procken wir das Q, etc. Alles. Wir procken das halt sehr, sehr gut mit Eli's. Deswegen ist das sehr, sehr stark, dieses Item. Super strong. Vor allem ist unser Jungle Clear damit auch Monster, Monster Machete. Ist unser Game eher so, mh, Bullshit. Und wir haben vielleicht auch keinen Main Tank im Team. Also, wenn unser Game Bullshit ist, können wir das Grüne bauen. Eher selten. Ähm, aber wenn unser auch vielleicht, wir gar keinen Tank haben. Wenn wir so einen Riven Toplane haben und dann in der Mitte auch nur was Squishiges und Botlane auch nur eine Nami Support. Dann könnte man auch empfehlen, hier so ein bisschen früher schon mal auf Tank zu gehen. Also, ist nicht schlecht. Ist jetzt nicht unbedingt total schlecht, das Grüne Item. Nee, nie, falsch verstehen. So. Ähm, Bootstechnisch gucken wir jetzt, gucken, gucken wir jetzt. Und zwar haben wir hier diese drei Variationen. Ähm, ja. Magic-Pen-Boots, definitiv, ich würde in vielen Games definitiv defensive Boots empfehlen. Ähm, Magic-Pen-Boots sind aber auch sehr stark, wenn wir sehr gut, wenn unser Game sehr gut läuft, Magic-Pen-Boots. Magic-Pen ist, wie vorhin schon erwähnt, extrem stark auf Elis. Wegen ihren Q-Damage. Ähm, wie gesagt, da gehen wir nachher in den Skills noch ein bisschen drauf ein. Aber sehr, sehr stark auf jeden Fall, wenn unser Game richtig fett läuft, ist Sorcerer-Boots sehr, sehr, machen wir mal hier so Core. Ähm, ja, oder was heißt Core, aber zweiter Bag, zweiter Bag. Ein, zwei, ein, zwei nächste Bag machen wir hier. So. Also, wenn ihr nach dem 21. Bag diesen Build habt, seid ihr sehr, sehr gut dabei. Äh, ansonsten, defensive Boots sind auch sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall auf Elis definitiv bauen, wobei Magic-Pen halt schon top-notch ist. Also, ich würde, ich würde wahrscheinlich die Magic-Pen-Boots empfehlen. Ähm, ja. Was ich absolut auf Elis nicht empfehlen würde, ist Full-RP-Boots. Bitte baut keinen Rabadons, Void-Stuff, Full-RP-Stunden-Last-Kram, Bullshit. Damit seid ihr auf jeden Fall, das könnt ihr machen, wenn ihr trollen wollt und wenn ihr, damit zerstört ihr instant Leute. Aber, ja, das macht einfach keinen Sinn, Leute. Wenn ihr einen Rank gewinnen wollt, dann würde ich euch das nicht empfehlen, ja. Ähm, so. Wir gucken mal jetzt. So. Jetzt haben wir so die Variation, wo wir überlegen müssen. Wir müssen jetzt überlegen. Wir nehmen jetzt mal an, wir sind richtig, also ich gebe euch jetzt nur Möglichkeit, wie ihr bauen könnt, ja. Nehmen wir an, wir sind richtig gut im Game. Wir haben diese Machete. Wir sagen jetzt, boah, läuft wie Socke, Alter. Läuft wie Socke. Jetzt schreiben wir mal, läuft wie Socke. Dann holen wir uns die Magic-Pen-Boots. Cool. Als nächstes denke ich mir, Magic-Pen, das ist ultra-strong. Also, Magic-Pen auf Elis ist ultra-strong. So, kaufen wir uns die Maske. Jetzt haben wir noch mehr Magic-Pen, haben aber auch ein bisschen HP zugelegt. Und jetzt können wir noch, man könnte auch ein Abysel-Gemüsel-Zepter kaufen. Da würde ich dann, da müsst ihr aber gucken. Also, Abysel-Zepter. Und dann werden wir das Ganze noch ein bisschen abrunden. Mit diesem Teil. Und diesem Teil. Quasi. So wird das dann aussehen. Aber, also, wir bauen erst so in dieser Reihenfolge, ne? Also, zum Beispiel. Das wäre so dieser, schon sehr, sehr offensiv gewählte Bild. Jetzt sagen einige Tobias, aber warum offensiv? Wir haben noch hier 200 AP, wir haben hier 400 AP, wir haben hier dann nachher 300, also plus 700. Ja, ich weiß. Ihr habt 700 AP, aber ihr habt 12 Armor und 3 Magieresistenz. Ihr werdet nur schief angeguckt. Und ihr kriegt einfach sofort, ihr seid sofort tot. Wisst ihr, wie schnell ihr tot seid? Sofort tot. Dieser Bild ist sehr offensiv gewählt. Euer Game läuft gut und diese Tankiness reicht euch aus. Damit macht ihr extrem viel Schaden. Als letztes würde ich euch dann definitiv aber empfehlen, Tanky zu gehen. Ich mach mal hier unten irgendwo so ne Tank-Items. Gute Tank-Items, die ihr nehmen könnt. Wäre vor allem stundenlas. Das Ding hier ist super cool. Es gibt uns eigentlich 20% CDR und 100 Armor. Das hat noch einen super, 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 sehr gut. Sehr, sehr gutes Item. Ansonsten sehr, sehr gute Items. Weiter noch wären Randuins, wären GA, wären, 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 wären. Das Ding hier ist auch ganz cool. Kann man auch bauen. Ansonsten hätten wir noch Spirit Visage. Je nachdem, wie viel Helium-Team habt ihr halt euch natürlich selbst auch so ein bisschen. Oder auch das Banshee. So, das wären diese Tankigen Items. Und daraus müsst ihr dann einfach mal so ein bisschen wählen, tatsächlich. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe diese vier Items. Jetzt haue ich mir noch ein Randuins hier rein und ein GA. Oder ich sage, ich höre mir noch ein Randuins und ein Banshees. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Da müsst ihr so ein bisschen variieren. Vielleicht sagt ihr, okay, ja, auch so. Wobei, das würde ich dann eher ein bisschen früher bauen, wenn ihr das bauen wollt. Das ist dann, ist so ein bisschen so ein Mid-Game-Item, hätte ich gesagt. Wir gehen mal, ähm, läuft nicht wie Socker. Wenn euer Game schlecht läuft, sagen wir mal. Wir haben jetzt allerdings schon diesen Bild hier gemacht. Weil wir dachten, okay, unser Game läuft ganz okay. Ähm, aber grundsätzlich müsst ihr euch folgendes merken. Ich kann euch jetzt hier Geiz sagen, wie ihr es wollt, aber grundsätzlich müsst ihr euch merken. Je schlechter euer Game läuft, umso tankiger baut ihr. Okay, sagen wir mal, unser Game läuft echt meh. Umso tankiger baut ihr. Also, das kann man natürlich bis diesem Item meistens noch nicht beurteilen. Aber wenn es danach dann wirklich, also ihr müsst auch, wenn es schlecht läuft, könnt ihr auch dieses bauen. Wobei ich schon den Glutkulass empfehlen würde. Aber je schlechter euer Game läuft, umso tankiger baut ihr. Sagen wir mal, zack, 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 das wäre schon vielleicht ein bisschen offensiv, sehr, sehr tankig. Aber grundsätzlich droppt Eli's im Late Game extrem stark. Und dann ist es auf jeden Fall gut, dass ihr Power habt, beziehungsweise nicht Power habt, sondern Tank Power habt. Dass ihr Damage aufsaugen könnt. So seid ihr nämlich nützlich im Team. Wenn ihr als Eli's einfach so in den Gegner reinspringt, seid ihr einfach sofort tot. Ihr seid sofort tot, deswegen müsst ihr, wenn ihr aber tankig seid, dann könnt ihr den Gegner schon AD Carry, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, sag mal hier, ein bisschen Sauen etc. Ihr könnt auch zum Beispiel auch Thorn Maze, zum Beispiel auch ein Item, was man machen könnte. Da müsst ihr so ein bisschen halt, das ist einfach, da müsst ihr wirklich schauen, was haben die Gegner, was brauche ich? Was haben die Gegner, was brauche ich? Da müsst ihr halt wirklich gucken, haben die fett viel Magieristence, dann packen wir noch hier das rein. Etc, 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 pp, wie gesagt, wir könnten auch noch das Gemüselzepter hier mit reinziehen. Da müsst ihr halt wirklich schauen. Ich kann euch da nicht ein Bild, den ein Bild kann ich euch nicht empfehlen. Ihr könnt halt das machen, wie ihr so lustig seid. Ihr könnt da wirklich für euch entscheiden. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, definitiv tank zu gehen. Das hier ist die offensivste Variante, die ich euch empfehlen kann. Dieses hier mit dann noch Magic Pen. Das hier ist das offensivste, was ich euch empfehlen kann. Mehr bitte nicht. Nicht mehr Damage bauen. Je schlechter euer Game dann halt eben läuft, sortiert ihr dann halt je nachdem mehr rein, wie ihr wollt. Ihr könnt dann jetzt auch zum Beispiel später noch Relays oder so hinterher bringen. Müsst ihr gucken, wie ihr wollt. Elexier müsst ihr natürlich schauen, wenn ihr... Wo haben wir es denn? Consumable. Elexier könnt ihr entweder dieses hier ranbringen oder dann halt hier zum Beispiel so ein Tankteil oder sowas. Müsst ihr halt gucken. Ich würde eher dann diese beiden wählen, je nachdem wie ihr dabei seid. Und zu der Bootsverzauberung würde ich da meistens, wenn wir mal hier nehmen, da könnte man sagen, ich würde meistens die Homeguards nehmen. Die blauen könnte man auch nehmen, die grünen könnte man auch nehmen. Ich würde aber definitiv meistens die Homeguards nehmen. Das war es auch zu den Items. Ihr habt gesehen, da ist... Jetzt denken sich einige, Tobi, aber wie baue ich denn jetzt? Ja, das müsst ihr einfach mal... Das ist auch wichtig, dass ihr das lernt. Ihr könnt nicht... Jeder... Es gibt so viele Leute, die gucken auf Mobile Fire. Guide. Bauen, 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 bauen. Bauen, 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 bauen. Die bauen jeden das Game das gleiche und kriegen einfach irgendwann so hart auf die Fresse, weil die immer das gleiche bauen und irgendwann der Bild einfach nicht passt. Wir müssen lernen, unseren Bild anzupassen, Bild schreibt man übrigens mit Ü, anzupassen an dem täglichen Team. Und das werdet ihr dann gleich auch merken, wie meine Games dann so laufen, etc. Wir gehen jetzt ins Custom Game und schauen uns die Skills an. Und damit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, ihr Doktor Matt den Rasen. So, wir sind direkt ins Game reingestisselt hier. Wir checken uns das mal ab. Wir haben auch hier die gute Blutmoon-Eliess. Kleiner lustiger Fact ist, wenn man Stellung 3 drückt, tanzen auch die kleinen Spinnen mit. Egal. So, wir gucken uns die Skills an und zwar haben wir zuerst ihren Passiv. Ihr Passiv ist folgender. Wenn wir in der normalen Form sind, können wir Spinnen aufbauen. Das heißt, wenn wir einen Spell auf den Gegner treffen, kriegen wir einen Stack dazu und können quasi sobald wir uns verwandeln, haben wir dann eine Spinne. Das heißt, haben wir zweimal gezaubert, haben wir zwei Spinnen dabei. Ähm, das ist quasi in der normalen Form. In der Spider-Form, äh, nicht der Spider-Form, sondern, ähm, ja, oder auch schon in der Spider-Form, wenn dann die Spiders da sind, Spider mit SCA, dann machen diese hier 10 plus 2 Magic Damage und die restoren uns HP. Das heißt, mit jedem Outfit, den wir machen, kriegen wir zusätzlich HP wieder. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Ihr seht das, wenn wir jetzt einmal angreifen, dann greifen die Dinger ja auch an. Und da würden wir dann HP wieder kriegen und die machen hier 12 Schaden. Wir kommen zu ihrem, eigentlich kommen wir zu ihrem, zu ihrer Ultimate erstmal. Mal, das ist jetzt nämlich so ähnlich wie Niederlei. Sie hat ihre Ultimate direkt mit Level 1. Und da, mit dieser Ultimate können wir zwischen der Spinnenform und der normalen Form wechseln. Das heißt, wir haben unterschiedliche Skills. Bleiben wir in der normalen Form, haben wir einen Ranging-Angriff, der relativ normal ist. 425 sind das. Wenn wir in der Spinnenform wechseln, kriegen wir die Spinn-Skills plus ein bisschen Move-in-Speed. 25, das ist echt cool. Dann haben wir nämlich 355, was schon echt strong ist. Das wird mit der Zeit natürlich, kann man das noch upgraden, aber okay. Ihr Q. Ihr Q ist ihr Haupt-Skill, ihr Haupt-Damage-Skill, sehr, sehr stark. Das ist ein Gift, was ihr auf Gegner schießt, schmeißt, spuckt. Und das macht Damage plus prozentual vom aktuellen Life. Das heißt, hat der Gegner 4 Leben, macht das mehr Schaden. Das heißt, wenn der Gegner 100% hat, so wie hier, macht das am meisten Damage. 90. Ist jetzt Level 1, ne. Aber, das heißt, wenn der Gegner jetzt weniger AP hat, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Schaden drauf, dann macht das Ding hier nur noch 77. Seht ihr? Das macht weniger Schaden, so weniger AP der Gegner hat. Das Spinnen-Q ist genau umgekehrt. Das ist wie License-Q. Je weniger Leben der Gegner hat, umso mehr macht das. Wir haben jetzt hier gesehen, 68 waren es, glaube ich. Ich habe es nicht ganz genau gesehen, aber ich glaube irgendwie sowas. Jetzt springen wir den Gegner nochmal an hier. Waren 86. Also, je weniger AP der Gegner hat, umso mehr Damage macht das. Das heißt, logische Reihenfolge, hier wäre zuerst das normale Q, dann Spinnen-Q. Ihr W. Ihr W ist eine giftgeladene Spinne, so nennt man das. Eine explosiv giftgeladene Spinne, die ihr so ein bisschen lenken könnt. Die läuft zu der Stelle, wo ihr sie hinschickt und dann greift ihr das erste Ziel an, was sie quasi berührt. Wir schicken das quasi mal hier hin, dann läuft sie erstmal hier hin und jetzt geht sie da rein und explodiert und macht Schaden und gibt so eine kleine Wolke. Mehr hierzu eigentlich nicht. Außer, dass man vielleicht sagen muss, dass diese Spinne auch... Man kann sie immer hinschicken und die wartet dann, bis vielleicht ein Gegner vorbeikommt. Nach einer Zeit explodiert sie. In der W-Form ist das so, dass sie zusätzlich ihren Spinnen-Passiv-Attack-Speed kriegt. Das wird immer 5% mehr. Und dass sie selbst ihr Attack-Speed erhöht. Wie man jetzt hier sehen kann, greift sie dann schneller an. Sie ist so ein bisschen gebufft und greift schneller an. Mehr nicht. Ihr E. Ihr E ist der Kokon. Ihr Stun, der jetzt auch hart gebufft wurde. Wurde um 0,6 Sekunden auf Stufe 1 gebufft. Sehr stark. Den Schmeißi, der fliegt auch relativ schnell, ist relativ dünn, hat aber viel Reichweite und Stunt das Target. Unser E in der Spin-Form ist Reppel. Raufziehen oder runterrum, rumreppeln. Und zwar mit dem ersten Klick ziehen wir uns nach oben und dann können wir in diesem Bereich woanders landen. Wir drücken jetzt zum Beispiel das E und klicken jetzt hier und landen dann hier hinter dem Ziel. Hinter dem Ziel. Wichtig. Merken. Das ist das Reppel. Das wurde auch, ich glaube, da vor dem Patch schon gebufft. Und zwar beim Runterrappeln kriegen wir zusätzlich 40% mehr Damage auf unseren Spider-Damage und Healing. Das heißt, wir haben ja hier zusätzlich, wenn wir uns in der Spin-Form verwandeln, machen wir zusätzlich Schaden als Elias. Wir machen zusätzlich Magic-Damage. Wir können es mal hier irgendwo sehen. Da, plus 14 seht ihr. Und diesen plus 14 Damage haben wir dann auch, ähm, haben wir dann auch, ähm, ja, dieser wird quasi um 40% gebufft. Nicht falsch verstehen. Das sind nicht irgendwie für Spells oder so, ne. Das gilt nur für diesen Bonus-Damage von dieser Spinne und Healings davon. Mehr nicht. Das war auch eigentlich zu den normalen Skills. Wir gehen jetzt so ein bisschen auf die erweiterten Sachen. Da sind ein paar ganz coole Facts dabei. Ähm, ja. Ja, der erste Fact wäre auf jeden Fall, dass wir mit unserer Spinne natürlich können wir, wir steigern das natürlich langsam von wenig, äh, oder von so normalen Sachen, wo es klar ist, bis hin zu guten Sachen. Der erste Fact wäre Scouting. Unser W, damit können wir Büsche scouten. Wir können die quasi so ein bisschen rumschicken und so träh erkunden. Der zweite Fact, den man eigentlich so gar nicht so wirklich wahrnimmt und den man eigentlich so gut wie niemand weiß, ist, dass unser W ein Outfit-Reset ist. Das ist jetzt nichts krasses, aber das heißt, wenn wir Outfit-W drücken, dann können wir sofort wieder ein Outfit machen. Wir machen jetzt Outfit-W und können sofort wieder Outfit. Habt ihr das gesehen? Also, das ist so ein kleiner Outfit-Reset. Super cool auf jeden Fall. Sollte man im Journal definitiv benutzen. Ist jetzt nicht so, dass ich danach kein König bin. Aber ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kleine Sache zu dem E ist, dass unser E auch Vision gibt. Es wird uns meist nicht so viel bringen. Ist aber auf jeden Fall nett zu wissen. Ihr seht, das gegnerische Ziel ist eingebunden und wir können es sehen. Unser W in Spinnen- oder in normaler Form ist kombinierbar mit dem Q in Spinnenform. Das heißt, wenn wir unser W jetzt irgendwo hinschicken, uns in Spinnenform verwandeln und das Q machen, fliegt die Spinne automatisch mit hin zum Ziel. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, um das deutlich einfacher zu landen. Und so könntet ihr auch zum Beispiel hier beim Red-Buff, ihr scoutet erstmal so ein bisschen, wenn ihr gerade den Buff macht. Und dann springt ihr hier einfach mit rein. Ich hätte es jetzt ein bisschen früher machen müssen. Ich habe ein bisschen zu viel geredet. Aber ihr könnt das Ding quasi da rumschicken zum Scouten und springt dann im Nachhinein da rein und holt die Spinne mit rein. Mit Eli CME könnt ihr extrem viele Skills dodgen. Ihr könnt damit zum Beispiel die Catelyn-Ulti, die Katus-Ulti, die Vi, Fiora, Nautilus, Z. Ihr könnt damit extrem viele Ultis dodgen, was wirklich sehr, sehr stark ist. Zum Beispiel diese Catelyn-Ulti, wenn die kommt. Ihr macht einfach das E und das Ding ist weg. Auch wenn das Ding losfliegt etc., das Ding ist einfach weg. Was ihr mit dem E nicht dodgen könnt, wären so Dots wie Ignite oder von Vladimir. Also alles, was weiter brennt quasi. Ihr seid zwar oben, aber ihr müsst euch vorstellen, oben brennt ihr weiter. Also ist nichts mit GG, well played oder so. Wenn ihr euer E benutzt zum Escapen oder für andere Geschichten, wenn ihr euch hochrappelt, ihr müsst euch das vorstellen, ihr seid oben, ihr könnt alles einsehen, ihr habt die totale Vision. Ihr könnt quasi, ihr kriegt Vision. Ihr drückt das E und ihr seht quasi und könnt euch dann woanders runterfallen lassen. Ihr kriegt quasi Vision. Ihr könnt das hier machen, ihr könnt das quasi hier machen, ihr könnt überall quasi, ihr könnt auch hier, wenn jetzt hier jemand im Busch ist oder hier jemand im Busch ist, ihr könnt hier hochrappeln und könnt dann hier in den Busch reinsehen. Ihr kriegt quasi die Vision des Todes auf Jahrhundert 2042. Ihr könnt das Ganze auch hier machen, zum Beispiel beim Dragon. Wenn ihr kurz bevor seid, den zu stehlen, drückt einfach mal das E, ihr rappelt euch runter, smitet den und flasht dann vielleicht wieder raus. Easy. Easy. Ein sehr, sehr guter Trick mit ihrem Rappel E ist, dass ihr, ihr könnt natürlich nur zu Gegnern rappeln, ne? Also ihr rappeln hochziehen und runterfallen lassen, könnt ihr nur zu Gegnern, ähm, wenn ihr wisst, der Gegner hat irgendwo gewordet und ihr wisst, dass er gewordet hat, zum Beispiel so ein, oder, oder ihr vermutet es hier zum Beispiel so ein, ähm, so ein Red, äh, oder so ein Trybrush, also sehr, sehr wahrscheinlich, dass da entsteht, könnt ihr, wenn ihr dieses Red Lens Item nehmt, wenn ihr es richtig benutzt, könnt ihr das hier machen und ihr könnt euch hochrappeln und da runterfallen lassen. Wie GG ist das denn bitte, Leute? Das ist Todes-GG. Todes-GG auf Doom. Natürlich setzt das voraus, dass ihr, das ist natürlich, ich mein, ihr könnt es besser versuchen, als wenn ihr im Endeffekt sagt, okay, ich sterbe einfach da unten. Lieber irgendwo versuchen, so mit einem Red Trinket zu warden, wo ihr denkt, okay, da könnte wirklich ein Wort stehen, als euch einfach sterben zu lassen. Wir kommen zu Eli's Damage-Kombos. Und zwar, grundsätzlich, wie sollten wir anfangen, in welcher Form sollten wir anfangen? Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, in der normalen Form anzufangen. Warum? Das Ding ist erstmal, wir haben unseren Schaden, der am meisten, oder unseren Spell, der am meisten der Welt schafft, wenn der Gegner Fehler pehrt, was quasi am Anfang ist. Das heißt, wir werden versuchen, mit dem Kokon zu engagen möglichst, dann werden wir die Spinne nach hinten zaubern, damit wir, ihr könnt sie auch in den Gegner reinzaubern, wenn ihr die gestunt habt, könnt ihr das auch machen, das ist okay. Das werden wir jetzt gleich einfach mal machen. Oder ihr könnt es auch nach hinten machen, ist egal, wir müssen uns gucken, das ist eigentlich im Endeffekt egal. Wenn der gestunt ist, könnt ihr es auch auf den Gegner machen, dann müsst ihr aber sicher sein, dass der nicht zu weit weg steht. Dann werden wir unser Q machen, weil das am meisten Schaden macht, wenn der Gegner wenig HP hat. Wir werden uns in die Spinnenform verwandeln, werden unser Q auf den Gegner machen. Und dieser macht dann halt Schaden, wenn der Gegner schon ein bisschen HP verloren hat durch unser Q, W. Dann machen wir natürlich gleichzeitig unser W an, um ein bisschen mehr Attack Speed zu kriegen. Und falls der Gegner wegkommen sollte, rappeln wir da hinterher und geben ihm nochmal Damage mit. Das ist die Kombo, die wir jetzt machen werden. Das E werden wir zwar nicht brauchen, aber ich werde jetzt das W nach hinten zaubern, weil das, ich werde jetzt ja... So, wir werden das W nach hinten machen, das E, Q, springen da rein und machen quasi unseren Damage. Haut der Gegner jetzt ab, rappeln wir da hinterher und machen weiter Q, wichtig. Wir machen noch ein weiteres Q und erst, wenn er jetzt so quasi in Tower Range oder ähnliches, wechseln wir zurück auf die Q-Form oder auf die normale Form und machen noch ein Q-Damage drauf. Ihr könnt nämlich mit der Ultimate, mit dem Q, könnt ihr nämlich immer hinterher chasen. Das gibt euch ja einen kleinen Gap-Closer quasi. Ihr könnt chasen, chasen, chasen. Also, es ist wichtig zu beachten, wann wechsel ich wieder in die normale Form, weil meine Spells wieder ready sind oder bleibe ich lieber in der Spinnform, weil wenn ich jetzt das so habe und das Q mache, habe ich zwar ein bisschen Damage gemacht, auch nicht das meiste, weil es ja eh nicht mehr so cool ist und ich komme auch nicht mehr hinter den Gegner her, ich bin langsamer. Und, ähm, ja, wie gesagt, der Gegner ist dann einfach weg. Mit dem Q habe ich immer noch die Möglichkeit, da wieder immer hinterher zu springen, was auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Bonus ist. Die zweite Variante, die dann wahrscheinlich, meistens wahrscheinlicher ist, weil die erste Variante ist die Maximal-Damage-Variante. Ihr lauft vielleicht in der Lane, wenn der Gegner hier steht und das eure Lane ist, dann habt ihr natürlich easy die Möglichkeit, hier so ein Kokon in der Lane zu landen, weil ihr von hinten kommt. Das ist aber meistens wirklich schwer, weil wenn ihr zum Beispiel von der Seite in die Lane lauft, könnt ihr nicht, ihr lauft, lauft, wollt in den Kokon und dann ist der Gegner schon weg, vor allem auf Max-Range und Kokon, das ist super schwer. Das heißt, die andere Kombination wäre, dass wir in der Spin-Form starten und wir nutzen unser E als Gap-Closer. Wir rappen uns quasi erstmal an das Ziel ran und dann machen wir natürlich unser QW. Ist natürlich nicht optimal, Leute, ne, weil wir quasi hier diesen, ähm, ja, Missing-Health, jetzt der Gegner hat ja wahrscheinlich noch viel AP, je nachdem, vielleicht hat er auch oben, vielleicht hat er auch schon viel AP verloren, das ist natürlich noch umso besser, aber wenn der Gegner natürlich nicht mehr, äh, wenn er natürlich noch voll ist, ist das nicht der meiste Schaden, aber in dieser Variation haben wir keine andere Möglichkeit. Wechseln dann auf die normale Form, machen das E zusammen mit einem QW. Am besten wäre, dass wir zuerst das Q treffen und dann das W, Leute. Das ist wichtig, weil Q macht mehr Schaden, wenn der Gegner mehr AP hat. Machen wir erst unser W und der Gegner verliert und dann machen wir unser Q, dann macht unser Q weniger Schaden. Das heißt, wir rappeln uns jetzt einen Gegner ran und spammen im Prinzip alle unsere Abilities. Danach wechseln wir uns in die Spinnform und versuchen weiter zu chasen. So, wir gehen ran, lasst uns runter, Q, W, zack, jetzt machen wir den Kokon, Q, W und jetzt quasi machen wir Poutils und würden mit Q weiter hinterher chase und damage machen. Das wäre quasi die Kombo, die wir zum Ganken meistens benutzen, weil wir diesen Gap-Closer im Prinzip brauchen, um ranzukommen. Diesen Gap-Closer, wer es nicht weiß, also um das Bereich hier, um an den Gegner ranzukommen. Optimal, wie gesagt, definitiv mit Q-Kong engagen. Das wäre der optimale Easy GG Well Played Report Engage. Wenn ihr natürlich dann, ähm, habe ich vorhin schon so ein bisschen gezeigt, wenn ihr auf den Gegner engagen wollt, ich zeige euch das jetzt einfach mal ohne Q, aber haut die, oder um die Spinne wirklich easy auf jeden Fall zu treffen, haut die Spinne nach hinten, verwandelt euch in Spinne, springt da hin, zack, ist das Ding drauf. Also super cool, ne? Könnt ihr natürlich mit Q-Kong noch verbinden, ja nicht einfach nur W, sondern macht W nach hinten und im gleichen Moment Q-W auf den Gegner und dann Ulti und ranzpringen, ne? Also Spinne ranzpringen. Das wäre quasi die Kombo, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, abzuklärten. Wichtiger Punkt, den ihr natürlich auch beachten müsst, ist, dass wenn ihr zum Beispiel kein Mana mehr habt, eure Spinnenform kostet A, sich da rein zu verwandeln kostet kein Mana, und alle Spinne-Skills kosten kein Mana. Das ist natürlich wichtig, vor allem auch in unserem Jungle Clear. In unserem Jungle Clear haben wir die Möglichkeit, auch unsere Spinnen tanken zu lassen, die gehen immer ein bisschen näher in den Gegner rein, als wir selbst. Das heißt, wir greifen den Gegner an und jetzt haben unsere Spinnen quasi die Aufmerksamkeit unseres Gegners. Das ist sehr, sehr cool, weil wir kriegen dadurch super wenig Schaden im Jungle. Ihr geht quasi immer ein Stück zurück und könnt damit die Spinnen tanken lassen. Vor allem wechseln die Monster immer zwischendurch mal, weil die Spinnen sich auch immer so ein bisschen bewegen, wechseln die Monster sich zwischendurch auch immer so ein bisschen und verschwenden dadurch Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, wobei ihr natürlich auch immer ein bisschen schauen müsst, gerade im Early Game ist es manchmal vielleicht auch sinnvoll, abwechselnd mit einer Spinne zu tanken, weil wenn die Spinne direkt am Anfang stirbt, hier oben bei dem Grom zum Beispiel, dann macht die natürlich auch keinen Schaden mehr. Das heißt, vielleicht eher so ein Damage-Hit von ihr abfangen lassen und dann wieder umverwandeln in die, oder nicht umverwandeln, sondern so ein bisschen abwechseln mit dem Tanken. So selber ein bisschen reingehen, dann wieder rausgehen, ein bisschen reingehen, so ein bisschen immer abwechseln, damit man einfach den Schaden dieser kleinen Spinne auch zusätzlich hat und nicht komplett aufgibt, weil die gibt, die macht natürlich auch Schaden und die gibt euch HP wieder, ne. Ist natürlich auf jeden Fall cool. Das Ganze lässt sich dann auch gut kombinieren, indem wir quasi unsere Spinne zum Scouten nehmen und unser W, dann sehen wir, da ist ein Gegner und dann hauen wir die ganze Möhre da drauf quasi. So kann man da auch so ein bisschen im Jungle, wenn wir wirklich nicht genau wissen, wo der Gegner ist, können wir mit der Spinne wirklich sehr, sehr gut scouten und den Gegner damit quasi ausfindig machen, sag ich mal. Ob man dann den Cage noch nimmt oder nicht, ist dann eine andere Sache, aber da könnt ihr auf jeden Fall so ein bisschen auf jeden Fall mitspielen. Was auch extrem wichtig ist, was man auf jeden Fall immer machen sollte und warum wir auch unter anderem die blaue Machete bauen. Wenn wir einen Gegner chasen oder einen Gank machen, werden wir uns hoch rappeln, auf den Gegner runter rappeln und wir werden sofort die Machete draufhauen. Der Gegner ist geslaut um 20% und dann ist es deutlich einfacher für uns, den Kokon zu landen. Das heißt, wir rappeln hoch, wir machen jetzt sofort das Smite und jetzt quasi ist es super einfach, den Gegner dann damit zu treffen, weil er halt 20% langsamer ist und wir ohnehin sowieso vor ihm stehen. Er ist langsamer und wir stehen direkt vor ihm. Das heißt, super gute Kombination sollte man definitiv machen. Super nice, super GG, super well played. Wichtig bei dem E ist, dass wir damit auch sehr, sehr gut Tower Damage quasi blocken können. Wenn wir quasi einen Gegner diven wollen, den sehr, sehr deep gehen wollen, können wir mit unserem E kurz bevor der Tower Shot, ähnlich wie bei Fitz, kurz bevor der Tower Shot bei uns eintrifft, wir können vielleicht einen tanken oder zwei, je nachdem wie unsere Verfassung ist, aber kurz bevor der Tower Shot eintrifft, können wir quasi den, jetzt zum Beispiel den nächsten, wir rappeln uns hoch, lassen uns wieder fallen und der Tower hat keine Agro mehr auf uns, können unsere Agro quasi vom Turm entfernen. Was wichtig zu beachten ist, unsere Spinnen landen immer später als wir selbst. Das heißt, sollten keine Minions am Turm sein und nur wir selbst, dann kriegen wir auf jeden Fall den Schaden. Damals war es nämlich so, dass die Spinnen gleichzeitig gelandet sind und der Turm dann erstmal auf die Spinnen geschossen hat oder so. Aber, ja. Was noch wichtig ist, was wir noch abklären müssen, ist die Jungle Route. Und zwar ist es sehr, sehr unterschiedlich. Und zwar haben wir da mehrere Möglichkeiten. Grundsätzlich haben wir die Variante, dass wir bei Golems anfangen oder bei dem Gromp. Ich würde euch definitiv erstmal sagen, was ich nicht gut finde. Der Gromp zum Beispiel ist nicht das, was ich nicht gut finde, weil, wenn wir ihn smiten, kriegen wir einen Buff, der bringt quasi, dass wir eine Thornmaid kriegen. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, verteilen wir einen Damage-Dot. Da aber viel Schaden über die Spinnen getankt wird, ist dieser Buff nicht so wirklich sinnvoll für uns und bringt uns nur begrenzt viel. Wenn wir allerdings die Golems machen, machen wir sehr, sehr viele Outwits und können regelmäßig die Gegner stunnen, was auch unsere kleinen Spinnen am Leben hält. Was auf jeden Fall cool ist. Außerdem müsst ihr natürlich dann jetzt die nächste Variante weggucken, wo ist unsere Lane. Also grundsätzlich, bei einem High-Elo sagt man, ich möchte jetzt nicht da anfangen, wo unsere Bot-Lane anfängt, weil die selber den Gromp machen wollen, aber ich denke mal in Gold-Elo oder so machen die das wahrscheinlich eh nicht oder Platin oder wo auch immer, Laudia, wir haben das schon langsam gemacht. Und dann kann man lieber da bei den zwei Leuten anfangen, weil man dann mehr Hilfe kriegt bei dem Camp. Wichtig ist, dass ihr dann Spätsmite. Spätsmite, weil die Leute dann euch mehr helfen. So wenn ihr das direkt smite, dann denkt ihr, oh der ist schon lau, jetzt gehen wir back. Wenn ihr aber Spätsmite, dann helft die euch sehr, sehr viel. Nächste Überlegung wäre dann, wo will ich ganken? Will ich Top-Lane ganken, zum Beispiel einen Renekton auf der Top-Lane gegen Irelia. Renekton ist mobil, hat viel Schaden und hat CC, an Stunnen. Das heißt, das ist eine gute Lane zu ganken. Wenn ich also Top-Lane ganken würde, dann würde ich sagen, ich fange bei Golems an. Wäre ich jetzt bei dem Team hier, würde ich hier anfangen. Dann würde ich nämlich hier ein Camp machen, würde hier was machen und würde dann die Top-Lane ganken. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Mid-Lane ganken, könnte ich natürlich über beide Lanes das Ganze machen. Die Idee ist hier aber, dass ich dann lieber den Red Buff als zweites mache, damit ich den Red Buff länger zum Ganken habe, weil der einfach stärker zum Ganken ist, weil der Damage macht, weil der slowt etc. Wenn ich erst den Red Buff mache und dann den Blue, dann ist der Red Buff schon, dann habe ich ihn vielleicht noch für die Mitte, aber danach nicht mehr. Wenn ich erst Blue, Red, dann habe ich den kompletten Red Buff, um hier zu ganken, da zu ganken, dies, da ist überall und so weiter und so fort. Wenn ich hier quasi jetzt die Top-Lane ganken will oder Top-Lane und Mid-Lane und hier das mache, das mache, dann kann ich nämlich auch, wenn ich sage, Mid-Lane geht noch nicht so, Top-Lane geht noch nicht, dann mache ich in der Zeit einfach die Krabbe und kann mich so ein bisschen entscheiden, wo ich dann tatsächlich hingehe. Soviel zu den Jungle Clear, das heißt, ihr müsst so ein bisschen schauen, wo ihr machen wollt. Bot-Lane ist natürlich auch möglich, ist aber auch ein bisschen schwer immer, aber soviel dazu dann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020